Ein Mercedes-Benz E350 ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 108.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2009. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine satte Leistung von 231 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,2 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017